Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Geistböcken vom 1. FC Köln. Die letzte Woche war sehr ereignisreich, nicht aufgrund der Auftaktniederlage zur Rückrunde 0 zu 1 gegen Hoffenheim, sondern vielmehr wegen den Transferaktivitäten. Köln hat nochmal mächtig auf den Transfermarkt zugeschlagen und im aktuellen Winter gleich mal in der letzten Woche drei neue Spieler verpflichtet. Unter anderem mit Felix Passlack, der U18-Nationalspieler, kam von Borussia Dortmund für eine Million Euro Ablöse. Zudem wurde Amiri vom letzten Gegner aus Hoffenheim verpflichtet für 2,2 Millionen Euro, ein weiterer Nachwuchsspieler. Und zudem wurde für 8 Millionen Euro auch noch Pione Sisto verpflichtet vom West Bromwich Elbien, der dänische A-Nationalspieler, 21 Jahre jung. Wird auch gleich, wie ihr sehen könnt, in die Startaufstellung beordert und wird heute sein Bundesliga-Debüt feiern. Außerdem kehrt Dominik Heinz in die Startelf zurück anstelle von Sansbury, der ja im letzten Spiel in der Schlussminute auch noch die rote Karte sah. Zudem kommt Gelbrett als defensive Verstärkung in die Mannschaft anstelle von Yannick Gerhardt. Sprich, drei Veränderungen. Heute gegen Mainz 05 am 19. Bundesligaspieltag. Die Kalerplanung kam jetzt soweit abgeschlossen, denn auch zur neuen Saison ist dem 1. FC Köln es gelungen, bereits zwei Spieler zu verpflichten, mit Alexander Büttner als neuer Linksverteidiger zur neuen Saison. Und als auch den Wunschspieler von Daniel Dattel, nämlich Henri Saivet von Girondot Bordeaux, wechselt ebenfalls ablösefrei in die Domstadt. Aber das erst zur neuen Saison. Jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir noch ein paar Punkte sammeln in der laufenden Saison. Denn Köln, wir haben es gesehen, ist mittlerweile wirklich, also wirklich hundertprozentig im Abstiegskampf angekommen. Wir sind nur drei Punkte weg von einem Abstiegsplatz. Sprich, jeder Punkt zählt und die halbe Liga ist im Abstiegskampf. Die Mainzer, die zählen nicht dazu. Die sind momentan Tabellenplatz siebter. Tabellenplatz siebter, das ist auch natürlich wieder ein super Deutschkiller. Ich weiß, ich habe extra geübt vor dieser Aufnahme. Gucken wir lieber mal ganz schnell auf die Parallelpartien. Z.B. Gladbach gegen Freiburg, die schon etwas abgeschlagen Tabellenletzter sind. Frankfurt gegen Bremen, Abstiegsduell, genauso wie Hoffenheim gegen Hertha. Zudem Leipzig, die den VfL Wolfsburg empfangen. Und Köln also heute im Karnevalsduell gegen Mainz 05. Ich habe schon im letzten Part gesagt, wir haben zum Auftakt dieses Jahres vier Heimspiele nacheinander. Das erste haben wir verloren gegen Hoffenheim, aber heute gegen Mainz 05 soll es anders laufen. Im Regen, im Rhein-Energie-Stadion und Gott sei Dank ist nicht Heimo Wasserschneider Schiedsrichter. Sonst hätte ich gestreikt, denn Jascha Zuhalde wird die Partie heute leiten. Und das gibt uns doch allen neuen Mut, dass wir dieses Spiel für uns entscheiden können. Köln gegen Mainz, Duell der Karnevalshof Burgen. Schauen wir an, wie Köln heute so spielt. Bundesliga-Spieltag 19. Bundesliga-Spieltag 19. Bundesliga-Spieltag 20. Bundesliga-Spieltag 19. Bundesliga-Inergie-S片 Und da haben wir ihn im Porträt. Jonas Sisto, Spielerdebüt, der Mann mit der Rücken 27, mit Unterhemd und schwarzen Handschuhen ausgestattet. Wobei, in England ist er nicht besseres Wetter gewöhnt, da wollte ich gerade Schwachsinn erzählen. Von daher, egal, hoffentlich passt er sich den Temperaturen schnell an. Er heute also über die rechte Seite kommt, anstelle von Elio Nussi zu dem Skildrett und Dornik-Heinz ebenfalls in der Startelf gegenüber der 0-1-Niederlage zum Auftakt gegen Hoffenheim. Wir gucken auf Mainz mit Schurzschi im Vorab, Brzezinski, Bongart-Bell, Bengtsson in der Viererkette, Bongart-Lena und Moritz auf der Doppel-Sechs, Muto, Mali, Beister über die Außen und ganz vorne Freddy Montero, anstelle von Martin Harnik, der beste Torschütze bei den Mainzern, bei den 0-5ern mit fünf Saisontreffern. So viele Tore auf Seiten eines Kölner Spielers, das wäre ein absoluter Traum. Okay, Köln, die Kölner Fans vielmehr, die sind einiges gewöhnt und erwarten auch nicht zu viel. Ein Tor wäre schon klasse, wenn es zum Sieg reicht, umso besser. Und damit gehen wir in die Partie. Mainz stößt an von rechts nach links im ersten Durchgang, im Dauerregen von Köln, Münnersdorf. Und wir müssen einiges besser machen als im letzten Spiel. Erster Ballgewinn, wollte ich sagen, Denkste von Skelbrett, weil es wieder zu einem Gegner gesprungen. Das war im letzten Spiel auch extrem häufig zu erkennen. Wir haben zwar viele Zweikämpfe gewonnen, aber die Bälle sind die von Zauberhand wirklich immer und immer wieder zum Gegner gesprungen. Bittencourt mit dem ersten Antritt und mit einer ordentlichen Flanke. Zweiter Versuch, Bittencourt wird da abgeblockt, aber alles fair sagt. Jascha zu Heide. Erster Konter über Baumgartlinger, aber der Ballverlust. Skelbrett, Schlup. Osako, Marco Höger bringt Osako zurück ins Spiel, aber gute Grätsche da von Stefan Bell. Sisto, erste Aktion der Fußball-Bundessieger, aber dann der Ballverlust von Höger. In den letzten Wochen eigentlich vorm Stärkstar. Beide in Kölnern gewesen, Feder von Nico Bungart. Osako dauert zu lange, vertändelt da den Ball im 16-Meter-Raum. Aber Köln erobert sich den Ball sofort zurück. Jeffrey Schlup, dem wir unter der Woche ein neues Vertragsangebot gemacht haben. Vielleicht bekommt er dadurch ein bisschen mehr Motivation. Zur neuen Saison bekommt er mit Alex Bündner einen Konkurrenten für den Linksverteidiger Posten, den er momentan auf jeden Fall sicher hat. Momentan, wohlbemerkt. Feder Diekmeier, leichter Ballverlust. Gute Grätsche von Heinz gegen Muto, der Japaner, der im wahren Leben so gut eingeschlagen hat. Aber Mainz gibt den Ball wieder her. Skjelbrett, Dominik Heinz. Nach zwei Spielen in Folge auf der Bank, heute wieder von Anfang an dabei. Dörensen, sein Innenverteidiger-Kollege. Skjelbrett und Höger. Zisto hat ein bisschen Platz. Osako, da kommt Stefan Bell rechtzeitig aus der Innenverteidigung raus, bevor Osako den Ball spielen kann. Wieder Zisto, erste gute Aktion auf dem Flügel. Zisto gegen Benzorn, aber dann bleibt er an Muto hängen. Aber immerhin ein Wurf. Sucht eine Anspielstation. Findet die in Marco Höger, aber der findet keine Anspielstation. Skjelbrett, Podolski, Schlup, gut rausgespielt. Die Flanke ist nicht schlecht. Bittenkurt. Und dann der technische Feder. Natürlich schwer zu kontrollieren bei diesen Wetterverhältnissen, aber von einem Leonardo Bittenkurt, der zumindest schon mal sein Länderspiel-Debüt hier gefeiert hat, kann man doch ein bisschen mehr erwarten. Baumgartlinger, Bengtsorn, Zisto dazwischen. Guter Ballgewinn. Marco Höger, oh, es gäbe etwas mit dem Fast-Fehlpass. Diegmeier, oh, der tat richtig weh. Dieser Pass da gerade von Dennis Diegmeier, den muss er natürlich einfach nur zu Schlup irgendwie bringen. Aber nicht so. Jetzt der Ballgewinn und Gegenzug über Bittenkurt. Aber die Flanke, die ist viel, viel zu weit. Und kein Problem für den Italiener Churci im Mainzer Tor, der ja schon in der letzten Saison Louris Karius, der Richtung Moskau abgehauen ist, beerbt hat. Köln mit mehr Ballbesitz. Das ist schon mal positiv anzumerken gegenüber dem Spiel gegen Hoffenheim. Allerdings können wir noch nicht so wirklich viel damit anfangen. Schlup. Alle Felsspieler in der Hälfte von Mainz 05. Und jetzt geht Meiers Ball ein bisschen zu lang. Aber Zisto hat ihn noch. Flankt ihn rein. Nicht so schlecht. Nochmal Zisto. 1,71 nur groß. Aber ein echtes Kraftpaket. Ein echtes Kampfpaket. Ein echter Kampfwürfel. Habe ich letztens von Sky-Kommentatoren immer häufiger gehört. Scheint ein neues, modernes Wort zu sein. Ein echter Kampfwürfel. Schlup. Der Ball ist gut. Für Bittenkurt. Der ist auch gut. Für Marco Höger. Ach, schade. Aber trotzdem ein guter Spielzug. Aber Höger trifft den Ball nicht richtig. Ich habe es vorhin angesprochen. In den letzten Spielen eigentlich immer, oder zumindest Anfang der Saison, eigentlich immer Kölns bester Feldspieler gewesen. Aber in den letzten Spielen mit der ein oder anderen Nachlässigkeit. So wie Jeffrey Schlup jetzt hier gerade gegen Maximilian Beister. Heinz bei ihm. Beister spielt sogar nochmal zurück. Zu Brozinski. Christoph Moritz. Nochmal zurückgelegt. Aber dann geht Podolski dazwischen. Ach, Podolski. Ich habe nicht mal die Passentaste gedrückt. Habe ich echt gerade die Taste gedrückt? Anscheinend ja. Sonst hätte Podolski den Ball wohl nicht gespielt. Bengtsson. Das geht jetzt gerade ein bisschen zu einfach. Gegen drei Kölner. Am vierten bleibt er dann aber dann doch mal hängen. Konter. Osako. Podolski. Osako. Ein bisschen zu steil. Sisto ist schnell, aber nicht so schnell. Aber seine Schnelligkeit über den rechten Flügel, das könnte uns noch bestimmt in der ein oder anderen Situation nicht nur heute, sondern insgesamt in der Saison weiterhelfen. Stierbrett. Gut gespielt. Podolski links ist Platz für Bittencourt. Was macht Osako da? Ach, er stand im Abseits. Aber den wollte ich ja eigentlich auch gar nicht anspielen. Warum hätte ich auch Bittencourt da anspielen sollen? Das wäre ja kompletter Blödsinn gewesen, liebe Spiel. So geht es weiter mit Freistoß. Und Baumgartlinger führt den Ball. Bengtsson, langer Ball in die Spitze. Sörensen, kein Foul am Muto. Montero, der ist schnell und wendig. Aber Sörensen wieder rechtzeitig hinten. Sörensen, Skelbrett. Sörensen, guter Ball für Höger. Sisto, wieder Höger. Und jetzt hat er mal ein bisschen Platz, der Pione Sisto. Und er ist auf und davon. Pione Sisto mit der guten Flanke. Chorchi vor Osako. Zweiter Ball. Podolski. Legt ab. Skelbrett. Oh, was ist das denn für ein Pass? Ey, dafür würde ich ihn am liebsten direkt auswechseln. Holla, die Waldfee. Aber er holt ihn sich immerhin zurück. Dominik Heinz. Letzte Aktion vielleicht schon. Sisto nochmal. Muss jetzt schnell gehen. Der spielt den guten Ball zu Marco Höger. Oh, und der will nochmal zurücklegen. Höger. Oh, Sisto kommt nicht dran. Stefan Bell klärt. Auf jeden Fall schon mal. Jetzt wurde der Halbzeitpfeffer tönt. Eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Hoffenheim-Spiel. Pione Sisto mit einem bislang auffälligen Debü... 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 Alter, was ist mit mir los? Mit einem guten Debüt. Einige gute Aktionen von ihm. Aber insgesamt müssen wir noch auf jeden Fall torgefährlicher werden. Wie so häufig. Welch große Überraschung bei einem Spiel mit Kölner Beteiligung. Und ich denke, wir werden das mal ohne Veränderung weitermachen. Auf in die zweite Hälfte. Köln stößt an. Jetzt auf das linke Tor. Auf die eigenen Fans zuspielend. Vielleicht gibt es noch ein bisschen extra Motivation. Diegmeier. Gut gemacht. Marco Höger. Gegen Bell. Legt nochmal zurück. Sisto. Aber wohin jetzt? Linke Seite. Schlup. Oh, Leute. Was sind das zum Teil für Pässe? Und dann bitten Kurt mit dem unnötigsten Foul überhaupt. Gegen Grosinski. Da kann man nur gegen die eigenen Stirn fassen. Köln schlägt sich, wenn mal wieder selbst. Momentan. Ben Zorn. Nächstes Foulspiel. Okay. Von Marco Höger. Hätte auch Vorteil laufen lassen können. So der lange Ball des schwedischen Linksverteidigers. Abgewährt von Sörensen. Skjellbrett. Höger. Sisto. Auf Osako. Setz dich mal ein bisschen auf den Flügel ab. Aber Stefan Bell stellt einfach sein Bein dazwischen. Und fängt den Ball oder gewinnt den Ball so ganz einfach gegen den Japaner. Köln versucht immer noch früh drauf zu gehen. Jetzt haben die Mainzer aber mal ein bisschen Ballbesitz. Können mal eine Passstafette aufziehen. Beiß da. Allerdings auch ohne echten Raumgewinn. Erinnert jetzt gerade ein bisschen an das Spiel von Hoffenheim im letzten Spiel. Wozinski. Die lassen den Ball jetzt gut laufen. Jonas Mali, der Spielmacher. Von ihm noch gar nichts zu sehen. Rausgelegt auf Benson. Der auf Muto. Kein Foul von Dietmaier. Der das ganz gut klärt. Sisto. Marco Höger. Der Ball ist viel, viel zu kurz. Das war gar nicht Marco Höger. Der Ball ging Richtung Marco Höger. Und wir gucken kurz auf das nächste Spiel von Mainz. Da spielen sie zu Hause gegen niemand geringeren als dem FC Bayern. Stefan Bell. Es wird wieder so langsam das übliche Spiel gegen den CPU. Und das nächste Foulspiel. Aber nicht von Osako, sondern an Osako. Von Baumgartdinger. Dem Mainzer Kapitän. Deswegen Freistoß. Und Mainz hat gewechselt. Ich habe jetzt gar nicht gesehen wen. Jairo kommt. Der Spanier für Muto. Und wir werden auch mal tauschen. Denn wir werden ebenfalls unseren Japaner mal rausnehmen. Und Batsu Hadi für ihn bringen. Felix Passlack heute übrigens auch gleich mal der Neuzugang aus Dortmund mit auf der Bank. Aber jetzt erstmal Stürmer Tausch. Osako auch heute wieder extrem viel gelaufen. Sehr bemüht. Aber kam nicht so richtig zum Abschluss heute. Deswegen Batsu Hadi für die letzte halbe Stunde. Was hat Sisto eigentlich für einen Ife Wert? Ja, nicht so besonders hoch. Dann lasst mir Poudolski mal den Ball treten. Als Freistoßflanke selbstverständlich. Und der war gar nicht so schlecht. Marco Höger. Mit dem Kopfball. Aus gut 16 Metern. Dann fehlte knapp ein halber Meter vielleicht über das Tor von Schuocci hinweg. Nächste Kölner Möglichkeit. Und da ist Batsu Hadi das erste Mal am Ball. Aber völlig auf sich allein gestellt. Muss warten. Batsu Hadi. Sein Ball abgefälscht. Aber Poudolski hat ihn noch. Aber war wohl im Abseits. Beim Zuspiel des langen Belgiers. Nico Bungert. Nächster langer Ball. Aber Skelbert holt die Bälle gerade ganz gut da weg. Aber Stefan Bell lockt Batsu Hadi den Ball da ab. Aber Batsu Hadi holt ihn sich zurück. Und klärt den Ball dann auf eine merkwürdige Art und Weise ins Seitenhaus. Gibt dem Mainz dann die Chance nochmal zu wechseln. Jonas Mali geht. Enttäuschendes Spiel vom ehemaligen München-Gladbacher. Für ihn kommt Fabian Frey. Ebenfalls zentraler Mittelfeldspieler. Allerdings ein bisschen defensiver von der Grundausrichtung. Also Mainz ist denke ich hier mit dem Punkt heute bislang zufrieden. Viel nach vorne spielen sie auf jeden Fall nicht. Dass sie unbedingt hier ein Dreier wollen haben würden. Schluck gut dazwischen. Dominik Heinz. Jetzt bloß nicht die Geduld verlieren. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber Diegmeier so viel Zeit dann eben doch nicht. Und da ist Diegmeier reingegrätscht. Aber mal sowas von volle Karacho. Oh jetzt ist da ne Menge Platz. Aber gut zurückgearbeitet von Skelbrett. Brodolski. Wittenkurt. Oh Spiel ihn schneller. Zu Batsu Hadi. Aber wieder Stefan Bell. Zweikammsieger. Der Innenverteidiger gewinnt da wirklich jeden Zweikampf. Brodolski geht früh drauf. Wieder Stefan Bell. Zurückgespielt zu Schuatzi. Was macht der Italiener? Er macht spannend. Skelbrett. Und Köln hat den Ball gewonnen. Viertel Stunde noch. Dann werden wir nochmal wechseln. Unseren fast täglichen Wechsel. Brodolski nämlich rauszunehmen. Und Gerhard wird reinkommen. Und ich denke das wird auch der einzige Wechsel erstmal bleiben. Diegmeier. Dominik Heinz. Auf Schluck. Der braucht ein bisschen lange den Ball zu verarbeiten. Bittenkurt. Wieder Schluck. Brodolski. Marco Höger. Und der will durchstecken. Aber das lange Bein von Benson gerade noch so dazwischen. Das war extrem wichtig, dass er da hinkam. Gute Grätsche von Brodolski. Nochmal Paul D. Dann der gute, nicht gute Ball in die Spitze. Wieder ein Mainzer dazwischen. Und ein Mainzer ist auch liegen geblieben. Wow. Boah. Wie oft ist der da denn aufgekommen. Um Himmels Willen. Eine fünffache Seitwärtsrolle. Ich weiß gar nicht wer das war. Auf jeden Fall. Gerhard jetzt drin für Brodolski. Brodsinski war es. Der Rechtsverteidiger, der raus muss. Für ihn kommt Sereno. Der übrigens auch mal, ich glaube ein halbes Jahr in Köln gespielt hat. Der brasilianische Innenverteidiger. Fairplay von Gerhard zurückgespielt. Und die Mainzer wieder mit der Ballkontrolle. Der lange Ball. Abgefangen. Oh, nee. Oh, Bittencourt. Also was mit dem momentan los ist, weiß ich auch nicht so richtig. Keine Aktion möchte für ihn gelingen. Für die letzten Minuten nochmal Eljonussi. Der es eigentlich nur besser machen kann, als Leonardo Bittencourt es momentan macht. 21 raus. Ja. Du musst in die Richtung, wenn du rausgehen willst, mein Lieber. Und Eljonussi wird ihn ersetzen, der Norweger. Ach, Mann. Moritz mit ein bisschen Glück gegen Gerhard. Sörensen. Fabian Frey. Das war gut gespielt. Kairo. Gegen Dietmaier. Sehr gut verteidigt. Vom ehemaligen HSV-er. Höger. Nochmal der Gegenzug vielleicht. Mit Zisto. Bazzuhali. Ja, aber dann wieder keine Anspielmöglichkeit, weil Bazzuhali irgendwie im Rasen hängen geblieben ist. Und Timo Horn mit der ersten Parade in Minute 86. Und keine Kölner orientieren sich nach vorne. Sodass wir auch erstmal wieder hintenrum spielen müssen. Sieht man ja mit dem langen Ball viel zu lang. Keine Chance für den dänischen Neuzugang Zisto da ranzukommen. So ein Wurf für Bengtsson. Zisto geht drauf. Aber Bengtsson dazwischen wird dann noch gezogen. Zurechtreißschluss natürlich für die Gäste aus Rheinland-Pfalz. Wieder Bengtsson. Der Linksverteidiger mit den gefühlten meisten Ballkontakten in dieser Partie. Und wieder will kein Kölner so richtig angreifen. Bis Sörensen gerade noch so dazwischen geht. Und wieder der Ball in die Spitze. Zu kurz. Es möchte momentan nicht viel gelingen. Vielleicht doch mal Zisto. Jetzt müsste der Ball nochmal in die Spitze kommen. Wohin? Wohin mit dem Ball? Schlup. Eine Flanke ist noch drin. Batswali. Aber das war's dann. Keine Ecke. Wäre wahrscheinlich eh Abschluss gewesen. Und so endet auch das zweite Spiel im neuen Jahr 2017 für die Kölner Offensive. Ohne Tor. Heute haben wir zumindest kein Gegentor gefangen. 0 zu 0. Genauso wie im Hinspiel in Mainz. Fallen zwischen den beiden Karnevalsvereinen. Wenig Tore. Wenig Grund zur Freude. Maximal für ihn hier. Pione Sisto. Ein gutes Debüt. Vor allem in der ersten Halbzeit. Einige gute Aktionen. Heraufbeschworen. Davon wollen wir aber noch mehr sehen. Aber er ist erst 21 Jahre jung. Unsere ganzen Offensivprobleme auf seine Schulter zu verteilen, wäre des Guten natürlich auch zu viel. Das gesamte Team um Lukas Podolski musste einfach wesentlich mehr machen. Zwei Möglichkeiten hatten wir auf jeden Fall heute. Beide durch Marco Höger. Ansonsten war das kein wirkliches Offensivspektakel, was beide Vereine heute hier abgeliefert haben. Wir gucken mal auf die Noten. Denn die waren immerhin, zumindest in der Defensive, sehr gut. Das Gelbrett sogar eine 7,9. Bester Köln-Spieler heute. Bazu Hadi nur eine 5,4. Osaku nur eine 5,3. Sisto mit einer 6,6 zum Auftakt. Ganz, ganz ordentlich. Wieder kein Sieg. Nur ein Punkt. Eigentlich zu wenig. Frankfurt 1 zu 1 gegen Bremen. Immerhin haben die sich auch die Punkte gegenseitig weggenommen. Leipzig hat verloren, habe ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Gucken wir gleich nochmal ein bisschen genauer auf die Ergebnisse, wenn die Sonntagsspiele gespielt sind. Vorher, immer kurz wieder das Training einstellen. Wobei Gülkan Gül kann ruhig noch ein bisschen Passspiel trainieren. Das ist ganz gut. Brot Finne möchte ich mal rausnehmen in dieser Woche. Und durch Sisto ersetzen. Der braucht Durchsetzen nicht unbedingt. Denn die Werte, die er da trainiert, da ist er schon eigentlich relativ gut drin. Vielleicht kann er was mit Flanken machen oder so. Perfekte Vorlagen. Ja, Flanken und lange Pässe. Das könnte er trainieren. Und ich möchte auch unseren anderen Neuzugang, Felix Passlack, direkt mal ein bisschen trainieren. Kurzer Pass ist er schon auf einer 71. Vielleicht kann er irgendwas in der Abwehr machen. El Rondo. Ja, da kann er seine Defensivfähigkeiten verbessern. Das machen wir mal. Und dann simulieren wir einmal alles durch. Note C, C bei den beiden Neuzugängen. B bei Gül. Der hat schon wieder sein Passspiel verbessert. Sehr gut. Mesenhöhe da ebenfalls Note B. Iseka nur die Note D. In Ordnung. Gehen wir mal eben. Wobei, wir haben noch zwei I mitbekommen. Sperre von Sandsbury ist abgelaufen. Na wunderbar. Das freut mich ja fast. Und wir haben noch eine Nachricht von Spielern. Kevin Vogt nehme ich. Meine Rolle im Verein. Ich habe erwartet, eine größere Rolle im Verein zu spielen. Ja, okay. Kann man auch nachvollziehen. Kevin Vogt haben wir zuletzt nicht so häufig zum Einsatz gebracht. Und ich denke, das werden wir jetzt auch wieder ändern. Dann, Podolski sogar mit einem leichten Formhoch nach dem Spiel heute. Kevin Vogt möchte ich auf jeden Fall erstmal wieder mit reinnehmen. Es geht jetzt auch ein leichtes Formhoch. Hm. Und unsere beiden Innenverteidiger immer noch ein Formtief. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber keine Entschuldigung dafür, dass unser Offensivspiel immer noch mal ein bisschen hapert. Das Wort habe ich gesucht. Das heißt ein bisschen. Wir haben erst acht Tore geschossen, Leute. In nun 19 Bundesligerspielen. Eigentlich müssen wir noch einen Stürmer verpflichten. Aber jetzt haben wir natürlich nicht mehr genügend Kohle. Ein De La Fiore könnte die Probleme bestimmt durchaus verhindern, beseitigen. Oder vielleicht auch wieder eine neue Formation. Ich glaube, im nächsten Spiel werden wir höchstwahrscheinlich wieder eine neue Formation ausprobieren. Aber jetzt haben wir erstmal gleich das Ende der Transferphase. Bester Vorbereiter. Bester Vorbereiter. Schakal im Visier vom AC Florenz. Interessant. Mehr oder weniger. Freiburg-Hofft-Westfotball zu verpflichten. Sorgon Brosinski, der sich bei uns gerade eben verletzt hat. Also im Spiel gegen uns natürlich. Äh, was hat er denn? Oh, Mittelfußfraktur. Fällt acht Wochen aus. Sah auch sehr spektakulär aus, wie er sich da fünfmal in der Wiese auf dem Platz herumgerollt hat. Und Schlupp hat schon wieder unser Vertragsangebot abgelehnt. Und wenn ich das richtig gelesen habe, steht er wieder mal nicht zu neuen Verhandlungen zur Verfügung. Natürlich nicht. Haben wir eigentlich jeden noch einen anderen Alternativspieler dort hinten links? Nicht wirklich. Ulkowski wäre noch der nächstgelegene. Aber der hat eigentlich auch überhaupt keinen linken Fuß. Wir haben echt keine einzige Alternative. Kann Heinz links spielen? Auch nicht. Passlack. Schwacher Fuß, immerhin drei Sterne. Aber einem 18-Jährigen da jetzt ins kalte Wasser zu werfen, weiß ich auch nicht so richtig. Hm, 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 hm. Ich muss mir aufstellungstechnisch da auf jeden Fall nochmal was überlegen zum nächsten Spiel. Vielleicht wieder auf zwei Spitzen umstellen. Hm. Vielleicht können wir sogar noch einen weiteren Spieler versuchen zu verkaufen. Es wäre echt gut, wenn wir Jujic verkauft bekommen. Aber das Geld würde dann noch immer bei weitem nicht reichen, um De La Fiore ein ernsthaftes Angebot zu unterbreiten. Hm, 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 hm. Wir können ja ein Tauschgeschäft mit Bad Suhadi vorschlagen. Ich glaube, das würden die Darmstädter sofort machen. Aber ein Tauschgeschäft ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ist nur die Frage, wen könnten wir als Tauschspieler anbieten. Normalerweise bin ich hier überhaupt kein Fan und Freund davon, von Spielertäuschen, tauschen, Tauschgeschäften, whatever. Aber zum Beispiel ein Sandsbury könnten wir eventuell da einbinden. Oder ein Ulkowski. Oder wir werden Ulkowski mal als Linksverteidiger testen. Hm, wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder wir sprechen Schluck erstmal unser Vertrauen aus. Ich weiß es noch nicht, liebe Freunde. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch den letzten Transfer-Tag vor uns. Und wir sind jetzt schon angekommen. Können wir mal ganz kurz durchgehen, was die Vereine aus der Bundesliga so gemacht haben. Köln hat 11,2 Millionen Euro ausgegeben für Felix Passler, Xisto und Amiri. Bütner und Salve zur neuen Saison verpflichtet. Gersbach haben wir verliehen. Maffray an Freiburg verkauft und Hector nach Lazio Rom. Leverkusen haben wir schon gesehen, hat Bernd Leno verkauft. Für 24,5 Mille. Während El Gazzi zu Real Madrid geht. Genauso wie Manuel Neuer für 12,5 Millionen Euro. Ajax verkauft das nächste Supertalent. Holy shit. Gladbach hat Raphael abgegeben, ablösefrei. Okay, der wechselt also zur neuen Saison irgendwo hin. Werder Bremen ohne Transfers. Dortmund hat den Top-Transfer, oder den zweitteuersten Transfer nach Manuel Neuer, in Transferfenster sich geleistet. Bucketsch vom AC Florenz. Und Blind das Talent aus Toulouse geholt. Passlag dafür im Gegenzug an uns abgegeben. So, irgendwie fände ich das manchmal komisch, dass die sehr schnell hin und her switchen. zwischen den Vereinen. Augsburg ohne Transfer. Die Bayern haben vielleicht zwei Stammspiele abgegeben. Nach Neuer auf Benatia nach Juventus Turin verkauft. Ingolstadt, von denen hört man wirklich überhaupt nichts transfermäßig. Leipzig sind auch diesmal ohne Transfers geblieben. Genauso wie die Eintracht aus Frankfurt und der HSV. Hannover ebenfalls sehr zurückgehalten. Genauso wie Hertha. Und Mainz 05. Leipzig hat für 2,4 Millionen Euro Sabitzer verkauft. Eine sehr geringe Ablöse, wie ich finde. Maffrey hat Freiburg von uns gekauft. Nein, Freiburg hat Maffrey von uns gekauft. So rum. Schalke hat ihr Talent, ihr Eigengewächs Tido Kehrer verkauft. Hoffenheim hat Amiri an uns abgegeben. Und auch Wicicic hat den Verein gewechselt. Beziehungsweise wechselt ihn zur neuen Saison. Ablösefrei ist er irgendwo hingewechselt. Wolfsburg ohne Transfers. Und das war es dann auch schon. Wir können mal eben ganz kurz gucken, wohin Bicicic und Raphael gewechselt sind. Übrigens, vor dem Spiel gegen Hoffenheim habe ich noch geguckt, wo Niklas Süle abgeblieben ist. Und der ist anscheinend, ich glaube schon im letzten Sommer, zum FC Arsenal gewechselt. Für 23 Millionen Euro. Habe ich so, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Deswegen nur zur Orientierung, warum ihr euch fragt, warum ist Niklas Süle da eingetragen. So, jetzt zu einem weiteren ehemaligen Teamkollegen von ihm, nämlich Ermin Bicicic. Wohin ist er denn hin gewechselt? Oder wird wechseln zu Hellas Verona. In die italienische Serie A. Und dann möchte ich noch wissen, wo Raphael der Klachbacher, das dürfte er sein. Ja, wohin er wechseln wird, zu Norwich City. Auch seine besten Tage nochmal in die englische Premier League. Warum nicht? Sehr wichtiger Mann, Raphael, der ehemalige Berliner und bald auch ehemalige München-Gladbacher. Okay, haben wir das auch erfahren. Und dann können wir uns entspannt den letzten 10 Transferstunden uns widmen. Und Dortmund hat mal wieder kräftig zugeschlagen. Ihr habt es vielleicht schon im Hintergrund gesehen. Morata von Juventus Turin für 40 Millionen Euro zum PvP. Und wir bekommen mal wieder ein Transferangebot für Timo Horn vom AC Florenz. Die haben ihre Finger auch anscheinend überall im Spiel. Aber auch hier 50 Mille, die magische Grenze ist 47,5. Aber ich denke, die wird momentan keiner bereit sein, auszugeben. Morata, also Dortmund, kauft fleißig in der Serie A ein. Der nächste Top-Transfer möchte Dortmund etwa nochmal die Bayern angreifen. Die momentan ja schon 9 Punkte Vorsprung haben. So, wir gucken mal, wieder ein Angebot für Timo Horn. Florenz hat erhöht auf 28 Mille. Ich glaube, das ist sogar im aktuellen Transferfenster das höchste Angebot, was wir bislang bekommen haben. Deswegen sind wir auch mal großzügig und gehen um 1,5 Mille runter. Wobei, wenn wir Horn jetzt noch abgeben, dann haben wir keine Zeit mehr, noch einen Ersatz zu verpflichten. Das wäre extrem bescheiden. Eigentlich müsste ich nochmal um ein paar Mille erhöhen. So, Dynamo Moskau möchte ihn auch haben. Stella Fiore haben wir momentan noch keine Chance, ihn zu verpflichten. Und wahrscheinlich in der nächsten Saison ist er wahrscheinlich dann stärketechnisch schon so weit, dass er irgendwo anders hin wechseln wird. Wird wohl leider irgendwann darauf hinauslaufen. So, noch 7 Stunden, wieder ein Angebot für Timo Horn. Diesmal aus Wolfsburg, 25,5 Mille bieten die Wölfe. Aber der VW-Konzern trotz der Krise hat immer noch sehr viel Geld übrig. Zum Beispiel 50 Mille für so ein Timo Horn. Oh, und Dynamo Moskau hat auf 34 Mille erhöht. Das ist jetzt auf jeden Fall das aktuell höchste Angebot, das wir bislang bekommen haben. In diesem Transferfenster. Die Russen wollen den Horn. So, während Florenz sich da schon wieder verabschiedet hat aus den Verhandlungen. Soll mir aber ganz recht sein. So, ansonsten noch keine weiteren nennenswerten Transfers. Und da waren es nur noch 6 Stunden. Aber auch Moskau hat sich jetzt zurückgezogen. Aber Wolfsburg hat nochmal erhöht auf 30 Mille. Aber auch da fordern wir 49. Auch da könnte ich eigentlich noch ein bisschen höher gehen, weil es ein direkter Bundesliga-Konkurrent ist. Aber egal, ich denke auch das wird Wolfsburg nicht annehmen. Wie viel Geld, BJ haben wir jetzt eigentlich noch. Theoretisch könnten wir immer noch einen weiteren Spieler zur neuen Saison verpflichten. Ich gucke nochmal ganz kurz meine Wunschliste durch. Ob wir vielleicht noch einen Knoche eventuell verpflichten. Mann-Deckung 84, Kopfball 82. Hm. Dann könnten wir natürlich zum Beispiel ein Stansberry noch problemlos verkaufen. Aber zum Beispiel ein Wollsteig finde ich auch ganz interessant. Aber sein Vertrag läuft natürlich nicht aus. Schmelzer brauchen wir jetzt definitiv auf jeden Fall nicht mehr. Nachdem wir Alexander Büttner verpflichtet haben. Theothee und Sertic brauchen wir eigentlich alle auch nicht mehr. Moritz Leitner, Katsche, Hendriksen als Norweger ist er halt noch interessant. Auch sehr ausgeglichene Werte. Hm. Es gab Prip. Oder noch so einen richtigen Hochkaräter. Wie zum Beispiel Intep. Wie viel Gehalt würde er wollen? Nur 70.000. Ich will aber auch nicht zu viele Spieler verpflichten eigentlich. Und wenn, dann möchte ich zumindest noch vielleicht einen deutschen Spieler. Ein Holpi zum Beispiel. Aber dessen Verträge laufen natürlich alle nicht aus. Oder wir verpflichten Niklas Bentner. Irgendwie juckt es mir in den Fingern, Niklas Bentner zu verpflichten. Nee, aber wir haben ja schon den Prinzen. Wir haben Prinz Poldy. Da brauchen wir nicht noch einen Oberlord. Ich glaube, davon sehe ich wirklich ab. Wenn wir einen Stürmer verpflichten, soll es natürlich noch ein echter Hochkaräter sein. Und nicht so ein Möchtegern. Weltklasse Spieler. Aber zumindest Kategorie Innenverteidiger wäre vielleicht doch noch interessant. Wie viel verdient der Knoche denn? Oder möchte er verdienen? 70.000. Wisst ihr was? Wenn er das annehmen sollte, versuchen wir mal Robin Knoche zu verpflichten. Uns fehlen die finanziellen Mittel. Blablabla. Soll automatisch angepasst werden. Ja. Sehr gut. Mal gucken, was Robin Knoche dazu sagt. Wenn er kommen sollte, werden wir Sandsbury zur neuen Saison definitiv verkaufen. So. Dann haben wir noch ein bisschen Geld übrig. Aber wirklich nur ein bisschen. Was wir eigentlich auch mal in einen Jugendscout investieren sollten. Gucken wir mal ganz kurz. Weitere Transfers sind ausgeblieben. Dann waren es nur noch fünf Stunden. Und Wolfsburg hat erhöht. Und Roche. Roche. Ich sag schon. Knoche Robin. Robin Knoche hat akzeptiert. Liebe Freunde der Nacht. Dann würde ich sagen, verpflichten wir Robin Knoche. Ablösefrei zur neuen Saison. Oh. Wolfsburg. 43,5. Ich glaube, die identische Summe hatte auch damals Sevilla im Sommer geboten. Das Problem ist jetzt einfach, wir werden gleich auf 47,5 runtergehen. Aber dann haben wir nur noch fünf Stunden Zeit zu reagieren. Und wir sehen den nächsten Top-Transfer. Granit Xhaka für 36 Millionen Euro. Der beste Vorladengeber der Bundesliga wechselt zum FC Sevilla. 38 Millionen Euro. Holy shit. Noch einst. Und bei allen Top-Transfers sind irgendwelche Bundesligisten beteiligt. Auch interessant. Preciado wechselt aus Kolumbien. Ist das glaube ich zum FC Toulouse. Bei Rwana. Keine Ahnung, was das für ein Verein ist. Wahrscheinlich auch irgendetwas Südamerikanisches. Wechselt nach Nizza. Und Batalla wechselt zu Atletico Madrid. Ein Talent aus Argentinien. Also ist nochmal groß was los hier. Aber wir müssen jetzt mal kurz darauf reagieren. Wir brauchen nämlich ein Torwart, sollte uns Timo Horn logischerweise verlassen. Ich möchte nicht mit Kiray oder Miesenhüder den Rest der Rückrunde verbringen. Und ich möchte Horn eigentlich auch nicht abgeben. Aber ich habe es ja versprochen, sollte Wolfsburg wirklich noch 4 Millionen Euro mehr bieten. 47,5. Dann müssen wir ihn tatsächlich abgeben. Und ich muss jetzt für diese Eventualität einen Torwart suchen. Einen nicht zu alten Torwart. Einen deutschen Torwart würde ich auch sehr gerne verpflichten. Und ich habe da schon wieder einen im Hinterkopf, den wir schon in der ersten Saison auf unserer Wunschliste hatten. Position Torwart. Wobei, jetzt werden wahrscheinlich auch sehr viele kommen. Das werden wahrscheinlich zu viele Torhüter, oder? Wobei, so viele sind das gar nicht. Gehen wir mal eben von oben ab. Baumann wäre vielleicht auch noch eine Alternative. Den haben wir schon, glaube ich, in zwei FIFA-Let's Plays verpflichtet. Andererseits, ein drittes Mal muss nicht unbedingt sein. Ralf Fährmann. Momentane Nummer 1 bei Bayer Leverkusen. Nachdem Leno nach Barcelona gewechselt ist. Karius, der ehemalige Mainzer bei ZSKA Moskau, mittlerweile unter Vertrag. Körper ist noch ein gutes Talent, aber Talente brauchen wir nicht. Bernd Leno ist ein bisschen mehr als ein Talent. Martini aus Darmstadt, naja. Marius Müller, auch ein guter Torwart. Aus Kaiserslautern. Aber kommt natürlich stärketechnisch auch nicht an einen Timo Horn heran. Rakowski, der war im Darmstadt-Let's Play unser zweiter Keeper. Aber wir brauchen einen Stammkeeper. Kevin Trapp wäre vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Stammkeeper bei Paris. Sven Ulreich, Bayerns Nummer 2. Lachodimos momentan verliehen an Tondela. Also doch was Portugiesisches. Wusste ich doch, dass mir das Wappen irgendwo bekannt vorkam. Denn Nachimento hatten wir in der ersten Saison dorthin verliehen. André Weiß, Wellenreuther, auch ein gutes Talent, aber noch nicht weit genug, um ein Timo Horn zu ersetzen. Wiedwald aus Bremen, naja. Aber den Keeper, den ich in Erinnerung hatte, war er hier, Ron-Robert Zieler. Der Stegen wäre vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Zudem auch noch ehemaliger Gladbacher, der würde niemals nach Köln wechseln. Aber Ron-Robert Zieler ist gebürtiger Kölner. Ganz ehrlich gesagt, ich persönlich halte nicht so viel von Ron-Robert Zieler. Vor allem ist er für mich nicht die deutsche Nummer 2 oder die deutsche Nummer 3. Da sehe ich noch ein paar andere Torhüter vor ihm. Aber halt mit dem Hintergrund, dass er ein Kölner Jung ist, mittlerweile beim FCL-Warten spielt, könnten wir da vielleicht nochmal ein Angebot machen. 100.000 Gehalt hat er. Stärketechnisch wird er wahrscheinlich auf gleichem Niveau, eventuell sogar etwas besser als Timo Horn sein. Und wir versuchen es einfach mal, ich weiß gar nicht, wie viel Everton in der letzten Saison für ihn bezahlt hat. Aber wenn Köln 47 Mille einnimmt, können wir die Hälfte davon vielleicht auch mal in einen Ersatz investieren. Auch auf die Gefahr hin, dass wir viel zu viel ausgeben. Wir haben doch keine Zeit und wir haben nicht die finanziellen Mittel. Holy shit, wir können natürlich auch jetzt ein Angebot machen, wenn Timo Horn wechselt. Oh, Leute, das wird extrem eng. Dann machen wir mal eben in der Zwischenzeit mal ganz schnell eine Anfrage, um zu gucken, wie viel der FC Everton ungefähr für ihn haben will. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wir müssen Wolfsburg jetzt auf jeden Fall erstmal antworten. Bevor ich das vergesse. Mit dem Gegenangebot in Höhe von 47,5. Wird der nächste Urkölner uns verlassen. Nach Jonas Hector. Könnte auch Timo Horn eventuell gleich weg sein. Och, und es passiert mal wieder wahnsinnig viel am letzten Transfertag. Robin Knoch haben jetzt noch aus Wolfsburg verpflichtet. Aber was passiert jetzt? Oh, ich will nicht hinsehen. Okay, die ganze Aufregung umsonst, Leute. Wolfsburg hat sich entschieden, dass er nicht so viel wert ist. Dementsprechend... Oh, guck mal. Everton hat 24 Mille gefordert. Da war ich mit meinen 23,75. Doch im extrem guten Bereich, muss ich sagen. Gut, aber das Thema hat sich dann doch noch erledigt. So, anderer Verein will Nägel mit Köpfen machen. West Bromwich will. Sertic, den sollen sie gerne verpflichten. Sie haben schon seinen Vereinskameraden... ...dessen Name ich gerade vergessen habe... ...verpflichten können. Den Senegalesen... Saive, Ori, Saive, selbstverständlich. Redding, keine Ablöse für Hahn. Okay, ist der Vertrag von André Hahn ausgelaufen. Interessant, er wechselt anscheinend zum FC Redding. Zur neuen Saison. Und Van der Zorn wechselt nach Granada für 8 Millionen Euro. Also nochmal mächtig, mächtig was los hier am letzten Transfertag. Holy shit noch eins. Aber Timo Horn bleibt uns Gott sei Dank dann doch erhalten. Aber da scheint schon wieder ein Top-Transfer passiert zu sein. Nehme ich dir von Pijatov für 10,5 Millionen Euro von Schachtür Donetsk... ...nach Italien, nach Bologna. Und dann waren es nur noch 3 Stunden... ...und jetzt wird hoffentlich wirklich nichts mehr passieren. Außer, dass Dortmund noch ein weiteres Talent verpflichtet. Nehme ich Touré für 3,2 Mille vom AS Monaco. Also die haben jetzt hier im Winter kräftig zugeschlagen. Dortmund möchte es wissen. Okay, wir haben also Robin Knoche verpflichtet. Und Sandsberry kriegen wir jetzt im Winter nicht mehr verkauft. Möchte ich auch gar nicht jetzt noch verkaufen, sondern erst zur neuen Saison. Leider bekommen wir Barry und Amiri wohl nicht mehr verliehen. Und Jolic auch nicht verkauft. Okay, man kann nicht alles haben, aber halb so wild. Jetzt können wir noch ein bisschen mit dem Finanzregler spielen. So ein bisschen in Richtung Finanzbudget. Und dann könnten wir eventuell... ...einen Jugendscout verpflichten. Wenn die nicht zu teuer sind. 1,45 kostet der hier. Stefan Sabitzer muss 2,65 kosten. Wenn ich einen verpflichte, möchte ich eigentlich einen richtig guten haben. So ein vielleicht 4 Sterne, 4 Sterne. Aber da ist momentan nicht der richtige Kandidat dabei. Können wir natürlich auch noch im Verlauf der aktuellen Saison machen. Oder spätestens zur neuen Saison. Wo wir dann sowieso noch ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben. Dass noch ein etwas größerer Transfer anscheinend passiert. Jo, ein etwas größerer. Januszai nämlich. In der Vorsaison an Dortmund verliehen. Wechselt für 15,5 Millionen Euro von Man U zum FC Bayern München. Und Manchester City hat sich ein extrem gutes Talent geholt. Nämlich Simon von Gent aus Belgien für gerade mal 2,3 Millionen Euro. Auch Man City, was Talente angeht, sehr gut aufgestellt mittlerweile. Und damit haben wir auch die letzte Stunde den letzten Transferstag hinter uns gelassen. 148 Millionen Euro wurden am letzten Transferstag von allen Vereinen zusammen ausgegeben. So, jetzt wollte ich noch mal kurz gucken. Nein, Schluck, können wir noch kein neues Vertragsangebot machen. Dann soll er halt erstmal bei seinen 10.000 Euro Gehalt pro Woche sitzen bleiben. Gut, Leute. Dann haben wir die Transferphase damit auch überstanden. Und können noch zwei Tage vorangehen. Und den Spieler des Monats uns anschauen. Denn es wurde Arturo Vidal vom FC Bayern München. Im Brows wurde noch kurz vor Schluss auf die Leihliste vom FC Bayern gesetzt. Jetzt muss es ohne Hector gehen. Das musste es auch schon die letzten beiden Partien tun. Aber es war nicht so erfolgreich für den FC Köln. Wir können noch mal kurz einen Blick auf die Tabelle werfen. Wir sind immer noch dabei ein Zwölfter. Hoffenheim und Schalke scheinen verloren zu haben. Immerhin etwas Positives. Hannover hat einen Punkt geholt. HSV hat ebenfalls verloren. Und mit unserem Unentschieden heute haben wir immerhin sogar RB Leipzig überholen können. Bremen ein Punkt vor uns. Hertha zwei vor uns. Weiterhin die halbe Liga mitten im Abstiegskampf. Und die Bayern haben jetzt schon neun Punkte Vorsprung vor Dortmund. Könnte ein ähnliches Tabellenbild sein werden wie in der Vorsaison. Warten wir erst mal ab. Thomas Müller hat auf jeden Fall getroffen. Schon 15 Saisontore auf seinem Konto. So, eine Sache können wir noch eben machen. Nämlich den Teambericht uns anschauen. Neuer Monat. Neues Glück. Timo Horn verbessert sich physisch. Was aber leider Gottes nicht auf seine Torwartfähigkeiten irgendwie sich auswirkt. Aber sei's drum. Diekmeier, Sörensen, Heinz hat sich weiterhin gut verbessert. Sisto. Noch keine zwei Wochen bei uns im Kader. Schon einige ordentliche Werteverbesserungen. Genauso möchte ich das sehen. Hatte Gerhard schon ne 75? Ich glaube ja. Podolski 78. Wittenquit 78. Da scheint sich nicht so viel getan zu haben. Gül weiterhin auf eine 68. Pastak hat sich nur minimal verbessert. Iseka trainiert anscheinend immer nur seine gleichen Werte. Marco Höger auch ein Stärkepunkt nach oben. Jetzt auf eine 80. Marktwert 15,5 Mille. Vielleicht auch bald ein Thema für Yugi Löw. Baby leider ohne Verbesserung. Amiri auch noch keine zwei Wochen bei uns im Kader. Da ist schon ein Stärkepunkt dazugewonnen. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Für den Neuzugang aus Hoffenheim. Ach und schau mal einer an. Auch Juniets hat sich ein bisschen verbessert. Finne weiterhin. Ich glaube, was alleine die Werteverbesserung angeht. Mit dem größten Sprung. Gesamtstärketechnisch immerhin um drei Stärkepunkte nach oben. Elionussi weiterhin 73. Sandsbury werden wir im nächsten Sommer abgeben. Da wir Robin Knoche verpflichtet haben. Den Donker bleibt bei einer 73. Gerstbach. Luis Schaub auf einer 74 hoch. Mal schauen, was wir mit ihm in der nächsten Saison machen. Genauso wie mit Den Donker. Unser Kader wird viel zu groß sein. Und auch Klünter hat einen weiteren Stärkepunkt hinzugewonnen. Das war doch ein ganz guter erster Monat im Jahr 2015. Äh, 2015. 2017 selbstverständlich. Allerdings nur auf dem Trainingsplatz. Die Ergebnisse in der Bundesliga waren alles andere als überzeugend. Wir gucken noch mal ganz kurz auf den Kalender. Und auf unsere nächsten Aufgaben. Unsere ersten beiden Heimspiele ohne eigenes Tor abgeschlossen. 0-1 Niederlage gegen Hoffenheim. 0-0 heute gegen Mainz. Und wir haben jetzt noch mal zwei Heimspiele nacheinander. Gegen den FC Augsburg zum Auftakt des 20. Bundesligaspieltages. Und vier Tage später treffen wir im Pokal ebenfalls zu Hause auf den SV Darmstadt. Bevor es dann zweimal auswärts rangeht in Frankfurt und bei der Hertha. Das ist also der Fahrplan für die nächsten Parts, liebe Freunde. Wir haben mal wieder eine lange, ereignisreiche Transferphase hinter uns. Jetzt müssen wir nur noch dazu uns bemühen, umzusetzen, dass wir diese Ereignisse auch auf dem Platz ein bisschen heraufbeschwören, dass sich das dort auch widerspiegelt. Vielleicht schaffen wir es auch schon beim nächsten Mal. Beim leicht asiatischen Duell. Links hier mit Osako und rechts, das müsste Q sein. Asiatisches Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Augsburg am 20. Bundesligaspieltag, den wir uns hoffentlich beim nächsten Mal gemeinsam anschauen. Wenn es wieder heißt, Let's Play FIFA 16, Karrieremodus mit den Geistböcken vom 1. FC Köln. Transferphase vorbei. Jetzt können wir uns wirklich voll auf den Fußball konzentrieren. Jetzt zählen keine Ausreden mehr. Deswegen volle Kraft voraus. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin macht gut und Ciao, ciao, sagt euer Killer. abonniert es Zhao giao ftrad 320, 볼 Bis dahin, auf dem Marktbrief. Bis dahin geht. Bis dahin. Bis dahin.